Kapitel 10.2 Taqwa Innerhalb der Gemeinde der Gläubigen sind einige höher gestellt als andere. Diese Höherrangigkeit ist die unmittelbare Folge ihrer eigenen Bemühungen. Es ist eine Überlegenheit, die mit dem Iman, also dem wahren Glauben an Allah verbunden ist, der Stärke und Tiefe des Glaubens. Ein lebendiger Glaube treibt denjenigen, der darüber verfügt, dazu an, sich von allem, was Allah missfällt, abzuschirmen. Dieser Schutzschild wird auf Arabisch Taqwa genannt. Dieses Wort wird meist verschieden übersetzt, und zwar als Gottesfurcht, Frömmigkeit oder Gottesbewusstsein. Der Begriff trägt alle diese Bedeutungen in sich und noch einige mehr. Allah bringt die Überlegenheit von Taqwa wie folgt zum Ausdruck. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welche am meisten Taqwa hat. Allah sagt hier, dass das Einzige, das einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau höher stellt als einen anderen, das Maß seiner oder ihrer Taqwa ist. Es ist die Frömmigkeit oder Gottesfurcht, die den Menschen von der Stufe eines denkenden Tieres zu einem eigentlichen Menschen macht. Die Bedeutung der Furcht vor Allah im Leben eines Muslims kann nicht genug betont werden. Allah erwähnt Taqwa und davon abgeleitete Wörter 26 Mal im Koran, überall mit der Betonung, dass Taqwa die treibende Kraft hinter einem lebendigen Glauben ist. Ohne sie ist der Glaube nur ein bedeutungsloses Durcheinander von auswendig gelernten Worten und Sprasen, und rechtschaffende Taten sind nur die leeren Höhlen der Vortäuschung und Heuchelei. Daher ist die Frömmigkeit in allen Angelegenheiten des Lebens vor allen anderen Erwägungen zu bevorzugen. Der Gesandte Allahs Friede und Segen sein auf ihm sagte, Bei einer Heirat wird die Frau gewöhnlich aus vier Gründen begehrt. Wegen ihres Vermögens, ihrer Abstammung, ihrer Schönheit und ihrer Frömmigkeit. Nehmt also einen glücklichen Ausgang mit der Frau, die fromm ist, damit eure Hände zu einem beachtlichen Gewinn gelangen. Egal wie schön eine Frau ist, wie reich sie ist oder ob sie aus gutem Hause stammt, wenn sie nicht fromm ist, ist sie gering im Vergleich zu einer frommen, hässlichen, armen Frau aus einer wenig angesehenen Familie. Dasselbe gilt auch andersrum, denn der Prophet Friede und Segen sein auf ihm sagte, Wenn ein Mann, mit dessen Ausübung der Religion du zufrieden bist, dich um deine Tochter zur Heirat bittet, solltest du sie beide verheiraten, sonst wird es im Land Verderben geben. Der Prophet Friede und Segen sein auf ihm, wies einmal Abu Dard zurecht, weil er Bilal spottend Sohn einer schwarzen Frau nannte. Dann fuhr er fort und sagte, Schau, ganz bestimmt bist du weder besser als ein brauner Mann noch als ein schwarzer Mann, außer dadurch, dass du Allah vielleicht mehr als sie fürchtest. Dieses Verständnis wurde wieder und wieder von Allahs Gesandten Friede und Segen sein auf ihm betont. Sogar bei der Abschiedspilgerfahrt, kurz bevor er starb, predigte er den Leuten über die Bedeutungslosigkeit von Rassenunterschieden und über die Wichtigkeit der Taqwa. Die frömmsten Individuen sind nur Allah bekannt, weil der Sitz der Taqwa im Herzen ist. Menschen können Leute nur nach ihren äußeren Taten beurteilen, die vielleicht ein falsches Bild vermitteln. Allah machte dies in folgendem Vers klar. Und unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Rede über diese Welt dich in Verwunderung versetzen mag. Und der ruft Allah zum Zeugen an für das, was in seinem Herzen ist. Und dabei ist er der streitsüchtigste Widersacher. Surah Al-Baqarah, Vers 204 Deswegen ist es nicht zulässig, dass Menschen bestimmte Leute als besonders heilig und als fromm in einem Grade, der jenseits der Reichweite gewöhnlicher Menschen liegt, zu bezeichnen. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen sein auf ihm, gab die Namen einiger seiner Gefährten kund, denen er die frohe Botschaft des Paradieses schon in diesem Leben verkündete. Jedoch basierten solche Äußerungen auf Offenbarung und nicht auf seiner eigenen Fähigkeit, die Herzen zu beurteilen. Als der Prophet, Friede und Segen sein auf ihm, zum Beispiel über diejenigen, die ein Treueversprechen, bekannt als Bay'a al-Reduan, abgegeben hatten, sagte, Niemand, der das Versprechen unter dem Baum geleistet hat, wird ins Höllenfeuer eintreten, bestätigte er den offenbarten Koran-Vers. Allah ist wohl zufrieden mit den Gläubigen, weil sie dir unter dem Baume Treue gelobten. Sura al-Fadha, Vers 18 Gleichermaßen bewertete er manche, von denen jeder dachte, sie wären für das Paradies bestimmt, als Leute des Höllenfeuers. All diese Beurteilungen basierten auf Offenbarung. Ibn Abbas sagte, dass ihm von Umar ibn al-Khattab berichtet wurde, Am Tag der Schlacht von Khaybar kamen einige der Gefährten des Propheten und sagten, Der und der ist ein Märtyrer, und der und der ist ein Märtyrer. Aber als sie zu einem Mann kamen, über den sie sagten, Der und der ist ein Märtyrer, sagte Allahs Gesandter, Auf keinen Fall. Ich habe ihn in der Hölle in einem Mantel gesehen, den er unehrlich von der Beute nahm. Allahs Gesandter sagte dann, Geh ibn al-Khattab und teile den Leuten dreimal mit, dass nur die Gläubigen das Paradies betreten werden. In der christlichen Tradition wurden über lange Zeit hinweg bestimmte Individuen für ihre vermeintlichen spirituellen Leistungen gerühmt. Wunder wurden ihnen zugeschrieben und der Status eines Heiligen verliehen. In der vorchristlichen, hinduistischen und buddhistischen Tradition wurden Lehrern, von denen man annahm, sie wären die Leiter der spirituellen Vollendung emporgestiegen und hätten übernatürliche Meisterleistungen vollbracht, Titel wie Guru, Avatar und so weiter verliehen, die auf spirituelle Höherrangigkeit hinweisen. Diese Bezeichnungen haben die Massen dazu geführt, entweder Fürsprache durch sie zu ersuchen oder sie als Götter zu verehren. Infolgedessen kennen diese religiösen Traditionen ganze Listen von Heiligen, an welche die Massen inbrünstig Gebete richten. Auf der anderen Seite lehnt der Islam selbst das übermäßige Rühmen des Propheten Muhammad, Friede und Segen sein, auf ihm ab. Denn er sagte, rühmt mich nicht, wie die Christen den Sohn der Maria rühmten. Denn ich bin nichts anderes als ein Diener Allahs. Sagt also Allahs Diener und sein Gesandter. Adelt auch das failed